So we can break apart the hit If I seem a little unimpressed with this An anti-social pessimist But usually I don't mess with this And I know Und heute spielen wir ETS 2 Ja heute in ETS 2 Leute Habe ich für euch eine Getriebe Mod Vorstellung Leute und zwar Die Aten, Foo Und Alissen 10 Speed, 13 Speed 18 Speed also eben Man kann da natürlich, das kann ich euch gleich mal zeigen Hier bei der Garage, man kann natürlich Einstellen, also man kann da wählen Auf wie viele Gänge, dass man natürlich Diese ganze Mod haben will Was ich mega mega geil finde Leute, eine Getriebe Mod Ich habe mir doch gewünscht, dass mal eine Mod Herauskommen soll, wo es Viel mehr abgeht, ist zwar eine Getriebe Mod, aber immerhin Leute Besser als gar nichts Leute, was mit Speed zu tun hat Hier haben wir 18 Gänge Leute und hier haben wir nur 16, also habe ich natürlich den mit 18 Gänge genommen Leute Obwohl vielleicht, da kann man es jetzt erkennen Von hier LKW Analyse Kann man jetzt hier erkennen Wenn ich jetzt da den unternehme Der ergibt vielleicht ein bisschen mehr Und dieser ein bisschen weniger Dafür habe ich jetzt Mehr Gänge Leute Und ja, dieser LKW geht eigentlich schon Ohne diese Mod jetzt schon eigentlich richtig ab Aber mit diesem Mod wird er natürlich Noch mehr abgehen Leute Aber was halt ein bisschen der Nachteil ist Man kann natürlich bei den Analysen sehen Was dann natürlich jetzt einem höheren Getriebe Besser geht und was ein bisschen schlechter Und so kann man die ganze Statistik anschauen Wir transportieren einen Raupenbagger Leute Von Zürich nach Nürnberg Leute Und wisst ihr was das schwierige sein wird Und zwar Wenn es bergauf geht, ist vielleicht dieser Getriebe Mod Nicht schlecht Leute Ich komme easy damit hoch Aber nicht mit voller Geschwindigkeit Ohne diesen Mautflieger Leute Wäre dieser LKW wie eine Rakete Leute Das kann ich euch jetzt schon sagen Also beim Anfahren Ist er eigentlich schon easy schnell Also wird er auch eine Rakete sein Wenn ich mit dem nachher Vollspeed gebe Und das könnt ihr auch nachher sehen Wenn ich auf der Autobahn bin Jetzt muss ich halt nur schnell warten Bis dann natürlich die ganze Ampel auf grün geht Aber eben Wie gesagt Wir transportieren das Ganze von Zürich Nach Nürnberg Leute Okay, äh Was habe ich jetzt da wieder gemacht So Ich hoffe, dass das mit dem Navi jetzt ganz gut klappt Denn ich möchte nicht immer hier dieses eingeblendete Navi Wie wenn ich selber im LKW da Beim M1 das Navi habe Ja, man kann das nämlich eigentlich für alle LKWs wählen Ich habe das sogar Es sind zwar nur die vorgeschriebenen LKWs Sind auf der Liste aufgelistet Bei diesem Mod im Steam Workshop Aber kann man jetzt auch beim Can World einsetzen In Euro Truck Simulator Das habe ich sogar ausprobiert Aber ich dachte da nur Ne, also ich würde es lieber mal beim M1 probieren Weil dort merkt man natürlich schon Der Unterschied mehr Weil der Can World Der ist schon genügend schnell Leute Glaubt mir Dort braucht man diesen Mod nicht mehr Der ist schon genügend schnell Ich weiß, es ist übertrieben Aber es ist so Leute Der ist schon schnell Leute Ihr seht auch jetzt schon beim Anfahren Okay, jetzt sehe ich zwar die KMA-Anzahl nicht Das ist das alles Also wir sind jetzt schon auf 3 Ja, okay Nicht ganz so schnell Aber ich meine Schon beim Anfahren rein Leute Schon 33 kmh Und jetzt dann Bald noch schneller Also ihr seht Diese Mod ist auf jeden Fall nicht ohne Von außen, ja Man hört vielleicht jetzt nicht viel Aber man hört irgendwie schon Man hört irgendwie ein bisschen schon Dass das Getriebe was tut Leute Also von der Zugmaschine her Weil die Zugmaschine arbeitet ja Wenn man bergauf fährt Hört man es vor allem Aber jetzt wo es natürlich Mehr so gerade ausgeht Und bergab und weniger bergauf Merkt man da das Ganze nicht so Wir sind jetzt schon auf 88 kmh Mit diesem Raupenbagger Leute Also glaubt mir Wenn ich den noch normalen Motor gehabt hätte Dann wären wir nicht so schnell Vorwärts gekommen Also doch Wir wären eigentlich schon genügend schnell vorwärts gekommen Aber ich denke Das Getriebe wird auch seinen Vorteil haben Leute Vielleicht wäre ich doch ein bisschen schneller gewesen Ohne dieses Getriebe Aber eben Dieses Getriebe hat 18 Gänge Leute Und das geht halt schon mega ab Eigentlich können wir dieses Navi Trotzdem mal hier unten Bleiben lassen Wir müssen nämlich 6 Stunden fahren Und das ist auch gut so Leute Denn ich habe gedacht Wenn wir ja schon So eine Getriebe Mod haben Dann können wir uns auch Eine längere Fahrt aussuchen Leute Ich denke 6 Stunden das genügt Und ich meine Mit so einer Speedgeschwindigkeit Sind wir schnell In Nürnberg Leute Also das Geht wie der Blitz Das kann ich euch sagen Und jetzt vor allem in der Nacht Ist es noch geiler Leute Oh ich weiss nicht was Ich weiss nicht was heute mit dem Spiel los ist Zwischendurch bleibt es stehen Ich weiss nicht ob es wieder Irgendwelche Probleme Beim Steam Workshop Irgendwas wieder gibt Von diesem Mod Ja wieso bleibe ich Jetzt bleibe ich da noch Für kurze Zeit hängen Ja Alles klar Irgendwelche Serverprobleme Keine Ahnung wieso Aber jetzt läuft es eigentlich Wieder einigermassen flüssig So Wir müssen schon Bei der ersten Ausfahrt Hier wieder abbiegen Also das geht ja alles Mega schnell So Und nachher möchte ich jetzt Schnell testen Leute Ey ich check nicht Wieso das Ganze so lagte Ey Okay jetzt möchte ich mal probieren Leute Jetzt werden wir mal sehen Ich weiss ich sitze jetzt nicht auf der Anzeige Nicht so gut wie ich Weil ich natürlich das Ganze Aber ich mache jetzt extra Blende hier dieses Navi ein Okay Leute Jetzt können wir mal schauen Wie schnell das wird Von 0 bis auf 100 sind Und ich geht es natürlich auch Von der Ich mache das Ganze natürlich auch Von der Außenperspektive Okay also ihr seht schon An dieser Mod Leute Jetzt geht es bergauf Ihr seht Leute wie schnell Das es geht Vor allem wir transportieren Ein Raupenbagger Leute Das kriegt nicht jeder LKW So schnell hin Zum so schnell anzufahren Jetzt sind wir schon auf 40 Und jetzt geht es bergauf Leute ein bisschen Und ihr seht Der schafft das locker Leute Okay jetzt Wenn ihr bergauf Wenn es bergauf geht Seht ihr Braucht es ein bisschen Eine längere Weile Aber ihr seht jetzt Null Probleme Leute Jetzt sind wir dann schon Auf 60 km Und ihr seht Der fährt relativ schnell an Leute Also ich denke So wenn das weiter geht Und wenn der natürlich Noch mehr Gas gibt So sind wir schnell am Ziel Leute Seht ihr Jetzt haben wir nur noch 5 Stunden Und das ging eigentlich Für mich wie der Blitz Leute Geht es mal ganz ehrlich Das ging für mich Wie der Blitz Gar nicht viel gefehlt Ey So Wir sind jetzt schon auf 105 Also ihr seht Das geht einfach mega schnell Und jetzt möchten wir mal Das Getriebe hören Okay vom Getriebe hört man Nicht viel nur Man merkt schon Dass die Zugmaschine zieht Leute Also eben So eine Geschwindigkeit Ist wirklich nicht ohne Ich probiere jetzt da Mit dem Raupenbagger So schnell zu fahren Ich weiss nicht wie viel kmh das wir heute erreichen In dieser Folge Aber jetzt haben wir Platz Wenn nicht viel Verkehr ja Auf der Strasse ist Okay Jetzt wird es dann Schon wieder Tag Leute Kaum ist es Abend Oder Morgen früh Ich habe jetzt auch nicht Genau auf die Zeit geschaut Na gut Leute Wir sind jetzt auf 123 Eigentlich kann ich Jetzt das Ganze Wieder ausblenden So Ich sehe es natürlich Da auf der Anzeige Ihr seht es wahrscheinlich Nicht so gut wie ich Aber Äh Eben Ich kann es euch ja sagen Jetzt sind wir auf 129 Leute Also 200 Habe ich noch nie erreicht Mit Einem LKW Leute 200 Ob das überhaupt Mit dieser Mod geht Wenn es 18 Gänge hat Ja dann kann ich mir Das eigentlich schon vorstellen Jetzt sind wir auf 131 132 Ey Hört euch mal das Ganze an Alter Man hört nicht viel Vom Motor Leute Man hört nicht viel Vom Motor Aber man merkt Irgendwie schon Vom Getriebe her Dass sich was tut Leute Jetzt wo es bergauf geht Ein bisschen Ja gleiche Geschwindigkeit Leute Alles easy peasy Ey Das geht ja Wow Scheibe Aber wisst ihr Was das grössere Problem sein wird Wenn ich Lenke Und dann noch Bremse Kann das nämlich Sehr gefährlich Wären Leute Vor allem bei der Vollbremse Muss ich mega Aufpassen Jetzt Jetzt sind wir Auf 146 Ey Alter wir haben Ja schon die Hälfte Die Hälfte Die Hälfte haben wir schon Von 200 Leute 50 kmh Oder 54 kmh Schneller Und wir wären Wir wären Leute Auf 200 Brim Das wird jetzt mir ein bisschen zu gefährlich Und jetzt haben wir nur noch 4 Stunden Leute Schauen wir mal Wenn das so eine lange Fahrt ist Wie lange das wir denn noch haben Wenn wir so schnell fahren Okay Eigentlich kann ich jetzt dieses Navi wieder ausblenden Aber wenn wir So schnell fahren Lass ich es trotzdem noch zur Sicherheit an Und Ehm Ihr seht dann auch wie schnell das wir fahren Jetzt muss ich aber glaube ich sowieso abbremsen Das Wird ein bisschen eine Eine enge Kurve Hier eine Zickzack Kurve Okay Ich kann da eigentlich mehr nutzen Obwohl ich eigentlich nur eine Linie benutzen darf Alter Wow Shit Wow Nein Alter Alter nein Scheibe Digga Oh mein Gott Das hat gekracht Ja Wir sehen uns gleich wieder Leute So Leute Weiter geht es jetzt Hier in Eurotruck Simulator Ja sorry auf jeden Fall Das war jetzt Mein erster Unfall Leute Bei einer Mod Vorstellung glaube ich Mein erster richtiger Unfall Ja ich musste abgeschleppt werden Aber anscheinend gab es keinen grossen Schaden Leute Nur ein Prozent beim LKW Wie ihr hier sehen könnt Also richtig krass Eigentlich in American Truck Hätte es mehr Schaden gegeben Aber ich denke durch die vielen Updates und so Hat sich das geändert Leute Dass es bei einem Eurotruck Simulator Anscheinend nicht so schnell mehr einen Schaden gibt Und so viel Prozent Aber bei American Truck ist alles noch gleich Gut Weiter geht es auf jeden Fall Ich würde sagen Ich lasse mich davon nicht abbringen Aber Wenn es ein bisschen zu enge Kurven werden Leute Wenn es zu enge Kurven gibt Dann würde ich abbremsen Aber eben Das ist einfach krass Leute Mein erster Unfall Wo ich eigentlich bei einer Mod Vorstellung In Eurotruck Simulator habe Ich meine Ja Es gäbe krasse Unfälle Aber Das war schon genügend krass eigentlich Ihr müsst euch das mal vorstellen In der Realität so etwas Das ist schon genügend Leute Ich meine da wäre man vielleicht sogar noch verletzt Bei so einem Unfall Auf jeden Fall Wäre man da verletzt Mit so Viel Kmh Das wäre jetzt sogar noch tödlich Leute Stellt euch das mal vor Oh jetzt geht es aber bergab Leute Jetzt geht es aber bergab Jetzt muss ich aber wieder aufpassen Leute Jetzt geht es nur noch drei Stunden Leute Also ihr seht Die Zeit rast Leute Wir werden schnell in Nürnberg ankommen Und eben Das muss man einschätzen Wenn man so Mit so einer Geschwindigkeit fährt Natürlich Das muss man wirklich einschätzen Ich meine Bei einem Personenwagen Oder bei einem Sportwagen Wo es so schnell fährt Ja Ist es auch riskant Aber weniger Als wenn man natürlich Eine Fracht hinten hat Und ich meine Ich denke jetzt Der Raupenbagger Wird wahrscheinlich Wird wahrscheinlich Natürlich ein schwereres Gewicht Haben als der LKW Aber Der LKW Kann das Ganze immer noch ziehen Und ist eigentlich Im Ziehen schon stark Und daher Muss ich das Ganze schon Muss ich da auch aufpassen Nehmen Dann kippt dann der LKW Und das Wäre dann auch nicht ganz so geschickt So Leute Also ihr seht es auch hier unten Wie es abgeht Ey Und das mit dem Anfahren Und so weiter Habt ihr ja eigentlich gesehen So Jetzt muss ich da wieder aufpassen Okay In den Kurven Muss ich da wirklich aufpassen Leute Ja Also eben Wir haben etwa 154 Oder irgendetwas Ne Wie viel Ja Irgendetwas so haben wir erreicht Also mit dem Mit dem Canvert Hätten wir das genauso geschafft Leute Aber wir wollen es ja mal Mit einer anderen Marke probieren Denn wenn man nur 90 fährt Ist ja langweilig Leute So Und jetzt geht es nur noch 2 Stunden Leute Also ihr seht Wie die Post abgeht Ich möchte gar nicht wissen Wenn wir 30 Stunden fahren müssten Wie schnell das es abgehen würde Und in American Truck Leute Wow Das wäre eigentlich noch eine geile Idee Leute In American Truck Simulator So eine Mod Ich habe mir gewünscht Leute Dass es mal eine stärkere Motor Mod gibt Aber ne Es gibt eine Getriebe Mod Und das ist auch mega nice Und ja Falls ihr natürlich mehr Mod Vorschläge habt Für Eurotruck Simulator Dann schreibt sie natürlich auch In die Kommentare Leute Denn Diese Mod geht einfach Wirklich ziemlich ab Und dass wir mit einem Raupenpacker heute Auch so schnell ans Ziel kommen Hätte ich jetzt nicht gedacht Ich habe schon damit gerechnet Dass das Ein Kinderspiel sein wird Für diesen LKW Aber Ich hätte jetzt nicht gedacht Dass das so schnell abgehen wird Und ich hätte jetzt Eigentlich auch nicht mit dem Unfall Gerechnet Was eigentlich jetzt mein Kleinstes Problem ist Was zwar jetzt mein Erster Unfall Bei einer Eurotruck Simulator Mod Vorstellung ist Ich meine mein Erster grosser Unfall Kleine Unfälle Hatten wir ja schon immer wieder Aber so ein grosser Unfall Leute Es ging immer knapp hinaus Zu einem Unfall Aber das war jetzt ein Unfall Aber naja Es sind nur noch zwei Stunden Leute Und wenn nicht viel Verkehr ist Dann kann ich da beide Linien benutzen Aber eben Man muss da immer wieder schauen Wegen den Kurven Die Kurven sind ja immer Ist ja immer der Teufel Leute Da muss man immer aufpassen So Gleich haben wir es geschafft Leute Gleich Ja Leute Es geht ungefähr Jetzt dann Nur noch eine Stunde Eine Stunde geht es Jetzt dann nur noch Ungefähr Das sieht schon Mega mega gut aus Und ich seh jetzt Ich muss da Die Spur wechseln Genau Wir sind auf 108 kmh Leute Ist jetzt zwar nicht unbedingt schnell Ich meine 100 eigentlich Eigentlich ist ja das Limit Dachte ich von den LKWs 100 Aber Naja Bei Eurotruck ist es anscheinend nur 80 Kann auch sein Dass es in echt auch nur 80 ist Aber Ich meinte man dürfte nur 100 fahren Nicht schneller So 121 22 Ey Ne Das geht Richtig schnell ab Oh mein Gott Ja Soll ich es oder soll ich es nicht Zwar Okay Ich riskiere es jetzt Leute Ich gehe jetzt mal volles Risiko ein Oh Leute Wow Leute Jetzt geht es wieder schnell ab So liebe ich das So sind wir schnell am Ziel Leute So sind wir schnell am Ziel Genau so Okay Das sind eigentlich gar nicht mal so enge Kurven Ne Also das Schaffen wir hier locker Und der Motor Und das Getriebe Immer noch so gechillt Man hört es ein bisschen Aber Ich finde es ist immer noch alles gechillt Ey Und wir sind schon auf 130 kmh Ich möchte aber das ganze Limit schneller erreichen So Leute Wir haben das Ziel gleich erreicht Wenn ich jetzt nicht so einen schnellen Motor hätte Ging jetzt natürlich das ganze ein bisschen länger Aber Naja Ihr seht auf jeden Fall Es hat einen Vorteil Wenn ihr auch Euro Truck spielt Würde ich euch auf jeden Fall diese Mod empfehlen Ist auf jeden Fall richtig geil Vor allem für Fernfahrten Leute Für Fernfahrten Könnt ihr euch Wirklich Einige Zeit sparen Wenn es euch langweilig ist Diese Mod kann ich euch nur empfehlen Leute Einfach das Beste So jetzt langsam abbremsen Nicht vollbremsen Machen wir es so Kann natürlich auch Der LKW schleudern Auf links oder rechts Deswegen Einfach langsam abbremsen Leute Langsam abbremsen Vor allem weil jetzt eine Ausfahrt kommt Darf ich nicht mehr allzu viel Gas geben Okay Und der kmh Schon mal gut ne Aber jetzt einfach ein bisschen abbremsen Und Natürlich auch Rechts abbiegen Gut So hier haben wir schon mal die Ausfahrt Die wir gut nutzen können Eben Zum Beispiel hier würde ich jetzt auch nicht mit voller Geschwindigkeit Drauffahren Jetzt können wir mal sehen Leute Ihr seht es sinkt jetzt wieder ein bisschen runter Die Geschwindigkeit Aber das ist wahrscheinlich weil wir auch Nicht genügend Anlauf haben sozusagen Nicht genügend Schwung Aber jetzt mit Schwung Jetzt geht es aber wieder bergauf Leute Sobald wir wieder Schwung haben Leute Seht ihr Geht es wieder ein bisschen bergauf Also geht es wieder mit der Geschwindigkeit Hoch Auch wenn es bergauf geht Also eben Ihr seht ganz viel von dieser Getriebe Mod Leute Und vor allem mal ein Getriebe Auch mal cool Hatten wir glaube ich bis jetzt am wenigsten Oder sogar gar nie Also kann sein Dass es heute auf jeden Fall Unsere erste Mod Vorstellung ist Wo wir ein Getriebe Wo ich ein Getriebe vorstelle Umso interess Umso spannender Leute Umso spannender So Jetzt kann es wieder abgehen Leute Ich denke Wir sind sowieso gleich am Ziel 20 Minuten Das Ziel ist gleich da Das haben wir Inner Sekunden erreicht Leute Ja Richtig cool Und jetzt sind wir eigentlich schon Gleich auf der Hauptstrasse Und da müssen wir sowieso Nicht mehr allzu schnell fahren Können wir natürlich Aber Ist jetzt nicht nötig Weil wir sind sowieso gleich hier So So schnell kann es gehen Leute Eine 6 Stunden Fahrt Eigentlich allgemein Nicht lange Aber Umso kürzer Leute Umso kürzer Ist natürlich geil So Alles easy peasy Und hier sind wir So Okay Ich bremse mal ab Abbremsen So Leute Wir haben es gleich erreicht Ihr seht Jetzt müssen wir nur noch warten Bis die Ampel grün wird Und wir haben es Na gut Jetzt beim Anfahren Werden wir schnell Leute Ja ich liebe das ey Schnelles Anfahren Richtig geiles Gefühl Vor allem in echt Wenn es einem manchmal so In den Sitz Nach hinten geht ey Richtig schöner Adrenalinkick In echt Und hier sind wir Leute So Ja Richtig schnelle Fahrt Eigentlich muss ich sagen Eine gelungene Fahrt Eine gelungene einigermassen Mit einem Unfall Und das nicht nur mit einem kleinen Unfall Ich musste sogar abgeschleppt werden Aber naja So jetzt müssen wir den ganzen Raupenpacker Eigentlich nur noch hier abladen Und gut ist Ja Richtig nice Das können wir auch da gerade So hinfahren So Ja Jetzt haben wir es Gut dann hängt Kopple ich mal ab So Ausgezeichnet Leute Trotz Unfall Zum Glück hatten wir keinen Schaden Beim Auflieger Leute Und sind nicht zu spät gekommen Ja War eine geile Modvorstellung Leute Mir hat es mega viel Spass gemacht Mal etwas anderes Ein Getriebe Richtig toll auf jeden Fall Und ich bedanke mich an alle Zuschauer Wie immer ganz herzlich fürs Zuschauen Und ich wünsche euch alle noch einen schönen Abend Leute Macht's gut Und bis zum nächsten Let's Play Leute Haut rein Leute Und Tschüss Tschüss du Vielen Dank.